So, für alle, die Oster nichts zu tun haben, könnt ihr jetzt einfach mal hier bei unserem Livestream vorbeigucken. Wir spielen zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Minecraft, das heißt, ihr müsst eigentlich vorbeigucken, anders kann man es gar nicht sagen. Tim ist auch da. Super Dragon! Und in diesem Sinne, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Twitch. Schaut vorbei!